Jolt, was geht? Moritz Gemi hier. Manche Leute von euch hatten es in die Kommentare geschrieben und haben sich es auch gewünscht. Denn heute wird mal eine Runde... Seid ihr schon? Von außen her. Heute wird mal eine Runde Bus Simulator Ultimate gespielt. Das ist dieses Game hier. Ich werde es euch mal in der Beschreibung verlinken. Ach, Digga, ne. Jetzt komme ich nicht mehr raus. So, fast. Ich habe Toki-Tosche im Hintergrund, deswegen wundert euch nicht. So, ich bin hier natürlich ein alter Knabe. Falls ihr euch gerade fragt, was auf dem Kennzeichen steht. DD, also Deutschland, DD OG1. Wisst ihr selber warum? Brauche ich nicht sagen. So, dann wählen wir uns hier mal eine schöne Runde. Nehmen wir mal von... Ja, wir machen mal von Oldenburg nach Flensburg und nach Schwerin. Ja, so 17 Minuten passt. Jetzt erst mal 1 Minute 39 warten. Ich werde derweil noch mal kurz einen Cut reinmachen und werde euch das dann einfach wieder einblenden. So, Leute, es geht los, haben wir nach Röhm. Das sehen wir hier schon. Sind wir hier am Busbahnhof, Alter? Guck mal, Mutter machen wir hier. Leute, aus der Kempur, guckt ihr diese Dinge. Die sind bisher nicht. Guck mal, die können nicht aus dem Teil haben. Guck mal, die sind aus der Türkei, Dinger. Die sind alle cool, die haben alle kein Getracht. Aber aus der Türkei. Guck mal, was war das denn? Ich werde gleich, dass wir ein bisschen rüberflucht waren. Sehr geehrte Gäste, die Abfahrt kann nun beginnen. Bitte setzen Sie sich an Ihre Plätze. Zooks Games wünscht Ihnen eine angenehme Fahrt. Let's get started. Drive safe. So. Ach, da war noch eine andere raus. Da war noch eine andere raus. Ja. Oh, shit. Egal. Fahrstuhl. Gut. Gut. Aber auch wieder raus. Was hier ist, war noch eines? Oh, shit. So. 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 So, jetzt bin ich wieder so ein Stück groß. Oh Mann, was ist hier? Jetzt war ich noch nicht so gut. Jetzt war ich noch nicht so gut. Jetzt war ich noch nicht so gut. Ja? Ja? Was? Ne? So, das Video geht nicht um die Absichtung, ich weiß nicht. So, ich habe nicht gedacht, ich kann. Ich sage nicht, dass wir uns da rum wieder machen. Was ist das? Was ist das? Exit right. Was ist das? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020